hallo und herzlich willkommen zu let's play mit ihm 2 de praios ja ich hatte ein wenig probleme etwas zu finden was ich jetzt machen kann für diesen part deswegen ist mir die geniale idee gekommen, komm mach einfach nochmal monis auf ja das seht ihr in dieser zeit bestimmt nicht oft weil es schon länger keine monis mehr gab deswegen kann man ja fast schon sagen das ist was besonderes ist aber auch nur fast ja da war mentors der pole ist da lolski und lucky ist auch da haben wir uns mal so ein bisschen schön hingestellt für diesen part hier grüße auch noch mal an die vögel und ja noch zwei drei sachen bevor wir anfangen ich level jetzt momentan sehr viele leute im sd3 das heißt wenn ihr gelevelt werden wollt für young auf praios im blauen reich da meldet euch bei mir falls ihr keinen young habt da werden wir bestimmt auch noch eine andere möglichkeit finden und meldet euch da einfach mal bei mir skype die ist in der beschreibung und bla bla gibt ja auch eine andere möglichkeit mich anzuschreiben und ja noch was na ja kommen noch mehr leute hier moca wollte ich noch sagen ach ja schreibt mir mal bitte in die kommentare was ihr sehen wollt und was für themen nicht mal ansprechen soll das wäre super hilfreich umso mehr sachen ich von euch weiß umso mehr parts kann ich dann auch machen also wenn ihr viel sehen wollten dann müsste jetzt kurz mal in die taschatur tippen was ihr sehen wollt und mehr ist das gar nicht das heißt wird sehr nett von euch und so und ja jetzt legen wir los moment eben eine pn beantworten so und dann ziehen wir uns eben noch mal die schnelle rüstung an legen wir auch schon los natürlich gehen wir in richtung shops ist das kritt ja das kritt sprachen ring zweimal medaille jetzt kriege ich hier noch shit oder was das ist ja fast nur drops hier machen wir es mal ein bisschen schneller und wie jetzt schreibt wieder irgendjemand in die kommentare du wichser du hast meine hand gekühlt komm vor komm vor wie viele haben wir noch acht das wird ein bisschen knapp vom platz her glaube ich oder testen wir es einfach mal und ja schon mal eben werfen wir eben im müll weg machen wir den in richtung leute dann können die eventuell gucken ob die was brauchen sprachen ring brauche ich auch nicht ja bitte behalten wir mal eben ich meine die braucht irgendjemand auch ich glaube die braucht jemand aus der gilde und chaos brüder krass ich habe gehört dass die beste blaue gilde beste sprachen ring brauche ich auch nicht was kann man denn jetzt alles hier bekommen ich werde mal wieder ein bisschen abgelenkt hier 20 kritischer kampf 15 db kampf 70 medaille des drache drei sägens kugeln ja drei das müssen wir nicht ähm vier sägis dann schrift rolle des drachen sechs und sonst eigentlich nur krepp ja ein paar sendboden vier stück fünf ja okay hier auch noch mag ich das kupfererz sind natürlich ist sehr von vorteil und so ich würde ich sagen das muss so langen ja oder also ja schreibt einfach nochmal in die kommentare was wollt ihr sehen etc und dann kann ich auch viele videos machen ich bin raus bis deine grüße für sie